Heute sind wir nahe der 10.000 Einwohnerstadt Colac in Südwest-Victoria unterwegs. Steve Lynch ist seit acht Jahren Lohnunternehmer in dieser vom Milchvieh geprägten Region. Rund 30 Autominuten nördlich grenzt eine große Ackerbauregion an, in der auch Steve mit seinen Schleppern im Einsatz ist. Wir haben noch nicht mehr geplant, als die Needs kommen, um zu werden, um die Verkaufung zu haben, um die Heide und Silage zu werden. Und dann in der Fliegel, um die Fliegel und Solid zu werden, um die Fliegel und Stürzen zu werden. Also haben wir alle Bereiche, die Bewerber, um die Fliegel zu verabschieden. Im letzten Jahr entschloss sich Steve, seinen alten 220 PS-Schlepper zu ersetzen und die Entscheidung fiel auf den Fendt 933 Vario, mit dem er auch dank der höheren Leistung für größere Anbaugeräte in der Zukunft top aufgestellt ist. Das VarioGuide-System hat Steve bereits fest in einige Arbeitsbereiche integriert und auch in der Zukunft möchte er dieses verstärkt nutzen. Auf der Momenten, die Trachter ist mit vollem Auto-Steer und der Guidance. Wir fahren Autonomous, Free-to-Aire Signal, auf der Moment, das ist sicher genug für Spreng und Spray, aber dann für mehr Precise, Seeding und Mowing und Jobs. Es ist all set up für einen RTK-Base Station oder eine Omnistar-Suscription. Aufgrund der vielseitigen Nutzung seines Fans freut sich Steve, dass er sich seinen Arbeitsplatz für seine Bedürfnisse so einrichten kann, wie er es möchte. The joystick controller, you can change functions from remotes, to linkage, to whatever you need to. So it just makes operating the tractor very easy. For whatever task you're doing on the day, you swap things around to just to suit what you're doing to make it easy. So the tractor runs AdBlue for the pollution, it's not really an issue. It costs you about a dollar an hour to run, to put the AdBlue in. But the fuel savings on the spreading, for example, I'm using about 13 to 14 litres an hour. The other brand tractor I've got, burnt 220 horsepower, was up around 18 to 20 litres. So what you save in fuel, so it outweighs the cost of AdBlue by a long shot. Steve verbringt täglich viele Stunden in der Schleppercabine und hat deshalb beim Kauf des neuen Traktors besonderen Wert auf den Fahrkomfort gelegt. Another big feature with the tractor is the front suspension and the cab suspension. It's very comfortable, very smooth and rough paddocks. We do get some fairly rough paddocks to operate in and going from farm to farm it's 55 kilometres. So we get from one place to the next very quick and comfortable and it's just a pleasure to operate. You can get out at the end of the day and still feel like you can go and do another job. w … ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020